Hallo liebe Zuschauer, der Drago Basse ist wieder hier und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Champions of Regnum. Ja, ich bin Level 40 geworden und fast schon Level 41, nein nicht 50. Ja, ich habe extrem lange an den Aquantis am Mauerstrand gefarmt und könnt ihr gleich mal noch verkaufen. Ja, es ist wirklich nicht normal, aber ich habe eine gute Motivation, weil ich auch viel besser als ein bisschen handhaben kann und dann nicht so dringend immer Sport machen muss und dadurch schön längere Pausen habe, mich zu regenerieren und so weiter. Jo, und ich finde es auch positiv, dass ich wieder gesund bin. Ich habe keine Kratzstimme mehr, ich habe, ja, keine, weiß nicht, ähm, ja, einfach diese Entzündungen und so, die sind weg. Gut, ähm, ja, was kann ich noch sagen. Ich habe ein einziges Alpen gefunden, das sich lohnt, vielleicht ein bisschen aufzuheben. Die Avengers gepanzerte Handschuhe. Sind das die Handschuhe von Iron Man? Oder irgendwie von, nein, es gibt keinen Helden dort, der Handschuhe trägt, die besonders sind. Ja, Iron Man. Ähm, hat sehr schlechte Blitzresistent, das glaube ich, im Tor hat er ganz viel. Äh, Schneide ist auch schlecht, ja, dann ist wahrscheinlich Loki schuld. Gut, 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 okay, wir gehen jetzt mal kurz raus, ich will ein paar Sachen anschauen, wir haben gerade gut alles eingenommen. Ähm, uh, die, ähm, die Spanier fragen sich immer wieder ein bisschen, wieso ich so früh schon so viel mache, oder? Ich nehme an. Ne, diesmal nehme ich an. Ich will jetzt einfach mal in einem Clan sein, weil, ja, die Interesse ist so gering. Ich muss einfach mal spannen, äh, äh, Englisch reden, genau. Ja, und, ähm, ja, eben, die Interesse ist momentan einfach voll gering. Meine Videos kommen gut an. Absolut, ja, vielleicht geschrieben. Ähm, ja, es ist natürlich anders als letztes Jahr im Let's Play. Im letzten Jahr im Let's Play, da war ich auf dem deutschen Server und da wollten natürlich alle mit mir zusammen auch ein bisschen aufnehmen. Also, ich nehme auf und die anderen sind dabei und so weiter. Aber, ähm, ich will nicht mehr auf Vanilla sein, weil, also auf Valhalla sein soll. Äh, weil ich einfach denke, der Server ist bald zu Ende. Also, ich habe erst einen kennengelernt, der ist jetzt nur hier auf rar gekommen, weil der Server den ganzen gestrigen Tag down war. Ja, und er hat gesagt, es lohnt sich wirklich überhaupt nicht mehr auf Valhalla zu sein. Und, ähm, ja, dass wir, hey, hier sollten die deutsche Community aufbauen. Aber bis es soweit ist, brauche ich entweder sehr viel um, also, ja, wieder etwas schweres für mich als Schweizer. Also, ähm, ja, die Umgebung, also die Reichweite der Spieler brauche ich einfach, um das ein bisschen zu ändern, dass wir hier auf Deutsch, ja, dass wir ein deutscher und englischer und spanischer Server sind, ein internationaler Server. So, was wurde eingenommen? EFREAs Ereignis. Irgendwie ist Südenreich ganz weg momentan. Die eingen machen immer irgendetwas anderes als wir. Aber sind nie im Weg zusammen. Also, ich muss schauen. Ich gehe mal kurz in Deckung hier. Wir haben Algoros. Wir werden Algoros verlieren. Ich warte, bis hier ein Algoros durchgeht. Wir können leider hier nicht viel machen. Oder sollen wir zurück zum Bind? Komm, wir gehen zurück hier zum Bind. Wir können sowieso alleine nichts ausrichten. Wir müssen hier ein bisschen entlang. Wir gehen mal zum anderen Altar. Ich suche immer noch Gegner, die langsam ein bisschen in mein Level kommen, damit ich dann auch ein bisschen hier leveln kann, aber mich schon zurückziehen kann. Aber ich finde einfach, es gibt jetzt momentan keine Gegner, die richtig droppen. Da muss ich mich so richtig anpassen. So, hier ist der andere Bind. Und, ähm, wir gehen jetzt einfach in diese Richtung ungefähr, wo der Bind ist. So. Ja, mit Level 45 bekommen wir dann Warmaster-Könst. Dann können wir ein bisschen in Fortkämpfen dabei sein. Und dann gibt es natürlich auch sehr viel Fort-Content. Auch wegen den EXP natürlich. Und, ähm, ich schau mal, ob ich nicht ein paar Deutsche zusammentrummen kann und ein bisschen motivieren kann. Und dann einfach wieder Rechnung zu spielen und so Sachen. Ähm, ich sehe viele, also ich habe mal notiert, was das war, was Spiele online sind. Und viele Spiele kommen extrem lange nicht mehr zurück. Also, es ist immer so, ja, ich schaue mal kurz rein und spiele vielleicht mal eine Stunde und dann gehe ich wieder weg. Und, ähm, ja, ich hoffe, dass das einfach mal wieder ein bisschen besser wird. Und, ähm, Champions of Rechnung ist jetzt wirklich nicht so deppery, also so langweilig. Aber die Spiele machen sich irgendwie gegenseitig sich langweilig. Indem sie im Unfall spielen, indem sie, äh, ja, AFK sind oder sonst irgendwas. Es wird einfach, ja, problematisch, ähm, zusammen, also ja, Probleme gemacht zusammen. Uh, da ist ja einer. Oh, es gibt noch Leute hier. Euron. Das ist ein Europäer. Bitzler. Was hat der denn? Was ist das? Ist das eine? Ah, du. AFK, äh, Offliner Game. Ähm, geh hier. Ist das eine Robbe von, war, von diesen war, Kriegspunkten? Warzone-Punkten. Ähm, da steht es hier irgendwo. Ja, war Master. Einfach war Master. Oder ist es eine optische Robbe von einem Event oder vom Shop ist es ja nicht, ne? Hm. Also wenn ich jetzt so denke, kenne ich halt relativ wenig Sachen, die einfach im Spiel sind, aber nirgendwo geschrieben ist und niemand etwas davon erzählt. Ein Lagerträger. Ähm, einfach mal ein Lagerträger hinbeziehen und das ist 6 Euro. Klar. Hm, gut, ja. Verstehe, das kaufe ich mir sofort. Ähm, okay, da kann ich ja gar gleich mal meine BESCHI auf Level 60 machen, wenn ich der Level 60 bin. Mit diesem. Nein, das werde ich auch nicht kaufen. Natürlich, schaut euch diesen Preis an. 99 Euro für 60 Euro. Haha, oh Gott. Ja. Ich bin wieder amüsiert. Hm. Ähm. Farbe bringt mir schwarz. Ich bin richtig schwarz, aber dann müsste ich auch Helme und so haben. Wieso kann man Helme nicht auf Lameis tun? Ist ja schon schön so. Aber ich hätte gar gerne das Optische von den Helmen auf den Lameis auch. Können ja verbogen werden. Dann sind die anderen Spiele nachher immer wieder ein bisschen verbogen. Ähm. Ja, aha. Ja, genau. Man verliert noch 50 Magnaniten. Ähm. Zurückschmelzen. Hä? Seit wann kann man Bahnen in Eisen, Erz, also in Magnanit, Erz wieder schmelzen? Das geht gar nicht. Hm. Gut. Liebe Entwickler. Ihr seid einfach super. Und andere kaufen sich da, ähm, den Gang, nein, nicht den Gang, ich weiß nicht welchen Tanz das es immer ist. Breakdance. Ja. Breakdance ist es, glaube ich. Für 1000, für 1,60 Euro. Gott, oh Gott. Also wenn, dann kaufe ich mir einen Bergleiter. Und das wäre, ja genau, 30% kritische Chance. Sicher nicht. Wenn dann hier den. Die Hähne ist so hässlich. Oh Gott, dann gibt es Geschwindigkeit. Nein. Die sind alle hässlich. Eigentlich die Schiekröte. Weil wir sind offensiv gut genug. Die Schiekröte oder die Hähne. 150 Heilung ist wohl so ein. Ich habe einfach. Nicht Heil, also nicht wie schnell man heilt. So. Also das ist nicht dabei. Okay. Also eventuell werde ich, ähm, MF-Schriftrollen kaufen. Wo sind sie? Wo sind die Schriftrollen? Eigentlich hier? Oder gibt es die nicht mehr? Doch da. Hier sind die MF-Schriftrollen. Äh, ja, Schriftrollen. Beutel. Drop Chance plus. 100 ist eigentlich fairer. Eventuell Erfahrung. Ja, plus 200. Alles andere ist Schrott. Ja. Und der will natürlich dann halt ein bisschen etwas stärker. Also wenn man stärker wird und so. Das ist ja auch alles extrem teuer. Wieso haben wir die Reparatur? Kam doch ja kurz einfach zum Händler gehen und reparieren. Und wie sah ich diese, ähm, diese Sache auf der Map, diese Kreise. Wo sind die eigentlich? Hm. Konsumäbel ist es eigentlich. Ah, Kriegsflocken ist es wahrscheinlich. Ja, da sind die Kriegsflocken. Für was eigentlich Kriegsflocken? Für 8 Cent? Hm. Naja. Nehmen wir hin. Ganz billig. Darf ich jetzt auch mal irgendwo mit? Mexiko. Wie heißt jetzt der Clan? Hm. Community Clan. Los Dezapitatores. Was heißt das denn schon wieder? Bildgabe. Ist er nur Getreue? Ah, Gründer hier. Mangai. Piranha. Piranha. Mhm. Ich kann ja kein Einsen hier. Der Barbossa kenne ich. Ah ja, der Lago Barbossa BR. Den kenne ich. Nicht den anderen. Oh, sonst kenne ich keinen. Ah, Ben Hur kenne ich noch. Also ja, vom Mitlaufen. Nicht vom Reden. Ja, ist wahrscheinlich ein Clan, der eher Tiefe hat. Ein neuerer Clan vielleicht. Oder sogar ein älterer. Ja, aber was wollen wir jetzt eigentlich machen? Es passiert nichts. Ja, sorry für den nicht so spannenden Part, aber wir haben ja schon geredet und so. Auf jeden Fall kann ich leider nicht viel zeigen aus Eleven jetzt. Hm. Gehen wir nach Menira? Die sind hier beschäftigt. Wir gehen nach Menira. Ja, easy. Ja, easy. Ja, Algaros ist jetzt schon denen. Das musst du uns nicht mit tun, Shad. Ähm. Ja, was kann ich euch noch zeigen? Hier noch ein paar Sachen, die ich gefunden habe. Alle noch beim, ich glaube, den Adventurin bei den Aquantis. Und, ähm, die zwei beiden Wölfen. Also ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich könnte auch beim Werwölfen gewesen sein, da. Uh, der Zambona. Ähm. Seht ihr auch etwas, das? Okay. Der sitzt irgendwie komisch. Der hat wahrscheinlich irgendwas. Okay. Gut. Sieht hässlich aus. 99 Mal ein Stück, habe ich der 5 gefunden. Jetzt kürzlich. Äh. Steht sich hier irgendwo hier noch kurz. Ah, da. Nein, das ist die. Und die ist halt. Das ist nirgends mehr. Schade. Schade. Ja, ja. Aber es ist, ähm, immer wieder. Es kommt immer wieder vor. Also, so selten sind die 5 ja auch nicht. Der hat Burnout. Uh. Ja, geht jetzt nicht runter. Ah, die wollen wahrscheinlich keine Herausforderung, also, keine Aufmerksamkeit richten. Und es ist, ähm, morgens um 7.30 Uhr, ja, 22 Uhr. Und deshalb ist noch zu. Es lohnt sich überhaupt gar nicht. Ähm, um 8 Uhr geht's auf oder so. Später noch. Der Euron ist auch wieder hier. Mhm. The Black Shaky. The Kalaya. You. Ja, sieht nicht so schön aus. Ist nicht so ein schönes Hoar. Also, mir gefällt das Trelleborg fort am schönsten. Besten. Aha, um halb 8 schon. Okay. Ja, halb 8. Gut. Dann geht's los. Können wir mal loslegen. Ich hab nämlich ne gute Skillung, aber... Es wird... Natürlich immer noch extrem schwer sein gegen Level 55er bis 60er. Vor allem Barbaren, die mag ich momentan nicht so. Ich hab jetzt Schnelligkeit mit, aber, ähm... Wird wahrscheinlich trotzdem nicht so... Viel ausrichten können gegen die... Dafür sind sie dann mit Level 60 am Arsch. Weil... Also ich hatte sehr Probleme mit gleichleveligen Schützen. Ich muss einfach mehr Stunts mitnehmen. Und genug Reichwerte. Ah, der konnte er eigentlich nicht. Ähm... Bei Augersburg habt ihr ja gesehen. Da bin ich durch... Die Mauer runtergefallen. In die Mauer rein. Also ganz tief in die Mauer rein. Hm. Ich wollte eigentlich draufstehen auf den Zinnen. Aber geht nicht. Man fällt durch. Hm. So, ich hab ein paar... Probleme... Mit dem Warten. Ganz kaum mehr Warten wieder. Also gestern hat's richtig viel Spass gemacht. Wir sind zwar... Ja... Relativ im Vorteil gewesen, weil... Ähm... Ja, nicht von der Anzahl. Also wir sind vielleicht einer mehr gewesen oder so. Sondern einfach... Weil wir... Vorsichtiger waren, glaube ich. Vor allem haben wir hier das eingenommen. Was das? Ähm... Meneria Fort. Meneria Fort. Dann das Summer Fort haben wir eingenommen. Beim Sharnarit bin ich gestorben. Dann haben wir das Herbrop Fort eingenommen. Und das Algoros Herb Fort eingenommen. Ähm... Beim... Ähm... Aphrius Castle. Da hab ich einfach das Problem, dass wenn... Wenn jemand von hinten kommt, dann bin ich sofort tot. Weil die konzentrieren sich ja auf mich. Tja. Das hat jemand kurz gekommen. Also die ist... Ähm... Irgendwo kamen... Kamen von hinten und... Ja. Ihr wisst schon. Kaleia. Sieht auch komisch aus. So wie in einem Horrorfilm. Hm. Ich weiß nicht, was das für eine... Rope ist. Hm. Eis der Kraken, glaub ich. Mal kurz schauen. Äh... Eher nicht. Na doch. Hä? Orange Ärmel. Ah, okay. Wollen wir uns Flügel. Und Heimschirrn. Ähm... Und... Nur bei Utgar ist nicht sichtbar. Und wenn ich dann Piratenhut nehme, das ist sicher. Schön. Aber werden dann die... Ohren nicht weg gemacht. Ich hoffe, die bleiben. Hm. Hm. Ja, ja, ja. Shoregien Regresso. Ashugani Idi. Muss die gehen? Also, es ist halb. Ja, noch drei Minuten. Hm. Ich geh mit. Ich will sterben. Kommt, Leute. Gehen wir sterben. Für das Reich. Es lebt uns ja wieder. So zu sagen. Machen wir es einfach. Und das sieht auch komisch aus mit dem Shit. Ja, die gehen lieber oben durch. Da bin ich auch immer wieder oben durchgegangen. Ah, war das schön bei den Eger. Ich liebe alle drei Reiche, aber sie hätten einfach irgendwie motivierend gestaltet. Also, es ist so. Ist ein Reich gut, kommen viele Spiele in das Reich. Ist es schlecht, kommen wenige Spiele ins Reich oder Leute, die einfach, ja, nicht so viel machen. Und das macht ein grosses Ungleichgewicht. Ja. Man sollte doch ein bisschen denken, bevor man ein Reich betritt. Es wäre auch schön, wenn die Reiche genau gleich anspruchsvoll sind. Also ansprechend. Naja. Jetzt haben die schönen Sirtis und die Edelsterne natürlich holen. Und wir gehen hier hinein. Oh, ich will aber nicht abgeschossen werden. Ach komm, lass mich doch mal. Ich will immer noch... Ich will immer noch... Ihr seid solche... Zappel-Philippe da vorne. Die erwischen auch nicht die... Ähm... Gegner. Dann zappelt sie so herum. Ja, was ist jetzt mit euch? Ah, das ist der Paladin. Der Wächter. Ich erwische nicht. Jetzt. Ah, ich mache ja beiden keine Schaden. Also das mit der Tür ist ein bisschen komisch gemacht, dass man so nahe muss. Die Magel können irgendwie weiter weg. Oh, das ist irgendwie ein Bug oder das ist... Das liegt an mir. Vor allem man muss nahe ran. Uh, mache ich viel Schaden. Uh. Eigentlich normalen Schaden, ob das Tor hat so viel Hab. Oh. Genau, geh auf mich. Nein, er geht auf den. Ich gehe hier rein. So. Ich war hier. Nein. Ja. Ich war mal hier. Ich bin nirgends hier, Wächter. Warte doch bitte. Du bist ja bald blau. Einfach warten. Und der Org ist auch gut. Prima. Na. Ja. Und jetzt? Ging noch ein bisschen. So. Also. 45 bis Belohnung. Ja. Schaffen wir in ein paar 100 Tagen. Richtig schnell. Und jetzt wollen sie noch Dinge. Ich denke in Schanarit werden sie angegriffen von den Igen. Ganz voll. Vielen Igen. Dann gehe ich mal wieder zurück. Und ähm. Ja. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Drago Barca. Tschüss. Sikowski. Auf Wiedersehen. Ich bin in Schanarit. Vielen Dank.